Ich bin Pascal Demuth, seit über 10 Jahren bei der Firma Gerig Group als Servicetechniker angestellt. Mein Arbeitsalltag startet immer von zu Hause aus. Ich kontrolliere den ersten Auftrag auf dem Tablet, gehe nachher ins Fahrzeug, kontrolliere dort das Material, das über Nacht geliefert wurde. Dann fahre ich zum ersten Kunden in meiner Region und fahre dort den ersten Auftrag aus. Die Gerig Group als modernen Arbeitgeber hat so eine grosse Produktevielfalt. Unter das ist der Job als Servicetechniker extrem abwechslungsfrei. Durch Einsatz bei meinen regionalen Kunden, Schulungen und interne Weiterbildungen können wir die Kundenzufriedenheit sicherstellen. Was mir besonders Spass macht bei der Firma Gerig Group, das ist, dass ich am Morgen direkt von zu Hause starten kann, mit einem modernen Geschäftsfahrzeug, Produktevielfalt, die abwechslungsgereiche Arbeit, Schulungen und interne Weiterbildungen, damit ich auf dem neuesten Stand bin. Meine grösste Motivation ist die Kundenzufriedenheit, die ich mit einer professionellen Arbeit sicherstellen kann. Wolltest auch du ein Teil der Firma Gerig Group sein, dann bewirke dich. Danke! �